Hey! Ich hab gar nicht vers... Bin ich wieder zurück? Okay... Bitte... Ich wusste es doch gar nicht... Okay, komm nochmal... Also das war ja... Ich hab die Tür nicht ausprobiert... Ja, ich dachte, komm, ich komm das nicht durch die Sterbe... Mann... Okay, die fällt wieder runter, okay... Okay... Wow... Was? Was? Okay, wir wissen, beide sind blockiert... Oh! Hutmann! Jump! Bring einfach! Alter! Alter... Also, das war jetzt echt ein Schock... Ich so... Plötzlich fällt der Kopf auf... Und ich lieg am Boden und mir so... Was? Da, da... Mach die Kamera... Mach's aus! Mach aus! Oh nein! Nein! So, versuchen wir es mal nochmal... Ein gescheites Mal will ich haben... Ja, und... Das war echt eine Überraschung, Alter, dass er plötzlich ein Typ kommt... B... T... B... Also, das war jetzt... Ich will es schaffen... Ich will es schaffen... Ich will es schaffen... Das ist schon da... What? Der gammelt ja da schon rum... Der springt... Spring, was das Zeug hält... Jump! Runter mit dir runter! Boah, Alter! Das gibt es ja gar nicht! Boah! Alter! Lynn! Hey! Duda! Ach du, siehst hier noch normal aus... Ich komme! Ich renne auf jeden Fall mit... Und schon freigeschaltet... Was den Gott zusammengefügt hat... Ey, was wurde denn mit der gemacht, Alter? Uh... Was haben die dir angetan? Oh mein... Oh mein... Oh mein... Oh mein... Digga... Irgendwas wird gleich passieren... Irgendwas... Irgendwas passiert gleich mit der... Irgendwas passiert gleich mit der... Okay, vergewaltigt wahrscheinlich... Mehrmals... Irgendwas! Wir müssen jetzt... ...hier... 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 Ja, die ist schwanger, ich hab's gesagt. Alter. 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 Alter Was sind das für Wesen, Alter? Sind das überhaupt noch Menschen? Was ist das Recht von mir? Ich versteh gar nichts Was ist das Recht von mir? Es ist ein Stück Mensch mit Scheiße gemischt oder wie? Wer bist du? Alter Ich hoffe, der stirbt, Alter Bäh Ja, ich weiß Oh Wir haben uns Ich denke, ich werde dich wieder sehen Alter Mich hat ein Stück Scheiße geschlagen Mich hat ein Stück Scheiße geschlagen Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Boah, Alter, was ist denn das für eine Droge, die er gerade genommen hat Jesus Jesus Er ist Gott Was waren sie denn? Ach, wo ist Lin überhaupt? Sie haben sie gegründet Und sie haben sie gegründet Ich habe ihn gegründet Es sind zwei Größe Christen Und Oso Ich bin sie 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 was steht für mich überhaupt ein hacker alter was zum teufel vier nachrichten nennst du aus zweit jetzt da ist jetzt eine tipp der mir gar nicht gefällt ich hab grad so ein herz rasen alter ich kann es abschließen warum ist hier nichts wo gibt hier keine fenster wo ich rausgucken kann alter was ist denn das für eine festung rumlöchert ich was als wäre es nichts so schließe ich ab ich sehe wunderbare babys ich bin ein Fensterlich aufmachen kann finde ich sehr gut essen schön was kommt schon wenn ich hier schon was da hätte ich gleich aus rumlaufen können da hätte ich hier schwimmen können alter musik hör auf ich bin einfach fern von mir zu machen und auch abschließen danke also über die puppen haben die puppen was zu bedeuten hallo 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 da kommt ja genau mein weg alter der sommer abhauen hallo hallo das ist ein prachtes und klar liegt einfach so da warum können es nicht alle machen warum ist die Musik immer so keine Ahnung so ja da muss ich rein boah alter natürlich habe ich eine Kamera immer noch in dieser Parallelwelt oder was auch immer das ist es wurde gespeichert eine Schule ja Musikunterricht okay davon würde ich abraten wenn man schon träume von Musikunterricht hat dann weiß man das ist irgendwas falsch möchte raus ähm I'm sorry I have to do this you should have loved me you should have help me jesus forgive me I don't know what to do I'm so sorry jessica was hat's mit jessica tut sorry I have to do this you should have loved me you should have helped jesus forgive me I don't know what to do I'm so so sorry I remember this just and who did when we warum ich hab jetzt ne gänsehaut warum träumt man also hat man vision von so einer vergangenheit wird ich schon gerne mal erklärt ich werde komme ich hier raus